Willkommen beim veganen Metzgermeister. Heute zeige ich euch das 5 Minuten Schweine, ich meine no Schweine mit. Es ist so einfach und so unglaublich lecker. Eine geschälte Zwiebel in zwei Teile schneiden und ab in den Mixer und laufen lassen, bis sie so aussieht. Zwiebeln raus, Reiswaffeln rein, vorher kurz zerleinern. Wasser hinzugeben und eine Minute stehen lassen. Die Zwiebeln wieder dazugeben und verfeinern mit. Knoglauch, Salz, Pfeffer, Rauchpaprika, Tomatenmark, Öl und etwas rote Beete. Ab niedriger Stube im Mixer laufen lassen, bis es etwas so aussieht und kurz durchmecken. Und fertig ist euer Schweine mit, äh ich meine no Schweine mit von Meisterham. Guten Appetit.